Die Leichen stinken recht krügel. Das hätte ich. Die Leichen stinken recht krügel. Die Leichen stinken recht krügel. Die Leichen stinken recht krügel. Spürt meinen Zorn. Die Leichen stinken recht krügel. Die Kreuzritter glaubten, dass die Suche sie adelte und dass die Disziplin ihres Lebens und ihre Reise das wahre Ziel war. Sie sollten in der Suche einen Sinn finden. Die Leichen stinken recht krügel. Die Leichen stinken recht krügel. Die Leichen stinken recht krügel. Spürt meinen Zorn. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin nicht in der Nähe. Die Aquädukte von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor drei Jahrhunderten die Oase von Dalgur entdeckt worden war. Obwohl Caldeum schon viele Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu bieten. Ein Hebel wäre betätigt. Zu meiner Zeit gab es diese Aquädukte noch nicht einmal. Ich bin ein Hebel. Ich bin ein Hebel. Wir müssen sie aufhalten! Für unsere Meister! Okay, Eyal muss es wirklich auf euch abgesehen haben. Der Philosoph Kardus sagt, wenn ihr die Wahrheit über eine Stadt kennen möchtet, dann seht euch einfach den Zustand ihrer Straßen an. In letzter Zeit sind die Aquädukte baufällig und von Ungeziefer befallen worden. Die Kaiserliche Wache hat nichts getan und verkündet, die Aquädukte seien in einem akzeptablen Zustand. Aber ich habe sie mit eigenen Augen gesehen und kenne die Wahrheit. Viele reiche Familien in meiner Eingesprache ziehen Brunnenwasser ihre eigenen Behausungen vor. Ich kehre in die Stadt zurück. Neue Waren, seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich Judaism gehönte, und schon ver expectingenuxeayım ein paarðeref BUlle St concept 앞. … ... … Das war's für heute. 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 Das war's für heute.